ja Leute herzlich willkommen zu einem neuen Video und zwar heute ganz exklusive Batterien, die Funke Springteufel 1 und Funke Springteufel 2 im Vergleich richtig schöne Batterien, jeweils eine große Fontäne und dann ein richtig fetter Abschlusseffekt seid gespannt, wir fangen an mit der Funke Springteufel 1, das ist die rechte hier die Funke Springteufel 1 und Funke Springteufel 2 so so Also Leute, ich bin jetzt immer noch geflasht, was diese Batterie für einen krassen Überraschungseffekt hat, hätte ich so echt nicht erwartet und freut euch jetzt drauf. Ich habe noch eine und zwar Springteufel 2, viel Spaß. Jetzt noch mein Fazit. Und zwar Springteufel 1 gegen Springteufel 2. Die eine mit der Silberfontäne, die andere mit einer Goldfontäne. Einmal Brokat und halt noch Brokat mit roten Sternen. Also ja, sind wirklich beide gut. Beide sehr, sehr empfehlenswert. Und ja, aber ich würde lieber zur Springteufel 1 tendieren. Preis pro Stück, das ist natürlich jetzt die Kernfrage. Ja, Preis pro Stück sind 22 Euro circa. Und das finde ich wirklich etwas viel.